Unser Top-Tip-Trip ist der Aquapark. Er ist nur 10 Minuten von Glow Valley entfernt und darum haben wir einen kleinen Abstecher hierher gemacht. Es war total cool. Ja, vor allem. Seht mal, wie spaßig das ist. Musik Nun kann ich von der Rutsche runter rutschen und... Und fallen. Musik Es war einfach voll so cool. Ja, ich glaube wir gehen öfters wieder mal da hin. Leider muss man so weit fahren. Auf jeden Fall war das unser Top-Tip-Trip! Wenn ihr mehr über den Aquapark erfahren wollt, dann abonniert uns gerne und macht einen Daumen nach oben. Und es steht noch mehr drin. Tschüss, tschüss! Tschüss, tschüss! Das war's für heute.